Grund genug für uns zu testen, wie gut sind die Veggie-Burger wirklich, ob von der Fast-Food-Kette oder aus dem Restaurant. Bist du dir sicher, dass das hier ein Burger-Mozzarella sein soll? Also wenn doch, dann riecht das extrem krass nach Fleisch. Testerin, Star-Köchin Lilly Schumann, erkennt man schon an ihrem losen Mundwerk. Aber die Frau hat Plan vom Testen und Pimpen. Sie verrät Tipps und Tricks, wie man zu Hause aus jedem Burger eine Geschmacksbombe macht. Für mich muss der Veggie-Burger einfach drei Kriterien haben. Das ist ein softer Bun, ein Crunchy Patty und eine super leckere Soße. Lilly ist ein echter Fleisch-Fan. Können Veggie-Burger die Kritikerin überzeugen? Sie bestellt Burger bei Fast-Food-Ketten und bei Restaurants. Preisspanne unter 5 bis 8 Euro pro Burger. Als erstes im Check die Fast-Food-Kette. Das Versprechen. Der Burger schmeckt auch Veggie wie gewohnt. Optisch macht dieses Modell einiges her. Der Preis 3,99. Also auf den ersten Blick schaut es nicht aus wie ein Gemüse-Patty. Ich glaube, das wollen sie auch damit erreichen. Man sieht auf jeden Fall, es ist ein vegetarischer Burger, weil da sehr viel Salat drauf ist. Hier noch ein bisschen Ketchup, Senf, schöne rote, frische Zwiebeln, paar Tomaten. Schauen wir, was unter dem Patty noch drauf ist. Und noch mal ein bisschen Ketchup. Voll in Ordnung. Also für die Größe unter 5 Euro kann man nicht meckern. Also ich meine, dem würde ich auf jeden Fall eine andere Soße verpassen, damit du einfach ein bisschen was aus diesem Patty noch rausholen kannst an Fleischgeschmack. Klares Statement. Lillys Hoffnung, eine selbstgemachte Soße. Aber jetzt wird sich erst mal durchprobiert. Der nächste Burger von der Fast-Food-Kette sieht genauso aus wie sein fleischiges Pendant. Gibt es hier für knapp 5 Euro die Alternative? Schauen wir mal, was der Burger so bringt. Also vom, was man schon sieht, es schaut schon so ein bisschen aus wie Fleisch. Das ist ziemlich stark gewürzt und ich schmecke echt keinen Unterschied zwischen richtigem Fleisch und halt jetzt dieser vegetarischen Alternative. Erst beim Abbeißen und Kauen kommen alle Geschmackskomponenten zusammen. Also dieser Veggie-Burger schmeckt für mich wie ein ganz normaler Burger, wie ein Fleisch-Burger. Das Einzige, was Michael stellt, waren die Zwiebeln, weil die so groß waren. Also für unter 5 Euro würde ich jetzt sagen, ist das schon eigentlich schon eine gute Portion. Lilli schmeckt keinen Unterschied zum Fleisch-Burger der Fast-Food-Kette. An den Zwiebeln aber kann noch gefeilt werden. Und dann wird's doppelt so lecker. Das nächste Burger-Restaurant verspricht, dass der Veggie-Burger hier eine echte Alternative ist. Laut Homepage bestellen den Veggie-Burger auch viele Fleischesser. Wir wollen wissen, was bekommt man hier für knapp 7 Euro wirklich? Also, der Burger, da sieht man schon, dass der Salat nicht mehr ganz so frisch ist. Da bin ich halt sehr pingelig, weil ich finde halt ein frischer Burger, da muss halt auch frischer Salat einfach drauf. Aber man sieht auf jeden Fall, der hat sehr, sehr viel Soße, dieser Burger. Dann haben wir halt noch klassisch hier die Tomaten drauf, die guten Scheibenkäse und ein noch undefinierbares Patty. Hilft nur reinbeißen. Schmeckt der Burger? Also, bei dem Burger merkt man auf jeden Fall, dass es ein vegetarischer Burger ist. Und jetzt hier beim Patty sieht man halt, dass da wirklich Gemüse auch noch drin ist. Hier ist der Mais, Paprika, irgendwo hier draußen war Karotte. Aber 8 Euro finde ich halt, also finde ich schon persönlich zu teuer. Aber man kann jetzt auch mit Sicherheit zu Hause halt noch ein paar Tricks anwenden, damit er einfach mehr Geschmack kriegt. Für den Preis erwartet unsere Köchin mehr Geschmack. Hilft nix, dieser Burger bekommt gleich noch ein ordentliches Update. Jetzt ein Blauschimmelkäse-Burger mit Gemüse-Patty. Er ist der teuerste Burger im Test. Die Pommes gibt's dafür gratis dazu. Der Preis 7,90 Euro. Der hier fühlt sich schon mal so danach an, dass der frischer, also dass der frisch ist. Ja, der schaut doch schon mal ganz anders aus. Haben wir hier schon mal den frischen Eisbergsalat. Hier haben wir irgendeine schöne rot-orangene Soße. Also ich glaube, also der schaut auf jeden Fall schon mal lecker aus. Von der Kombi her finde ich das eigentlich ganz lecker. So auch die Soße ist gut gemacht. Vom Zusammenspiel echt gut. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Also auch mit dem Käse lecker. Lillys Stichprobe zeigt, bei einigen Burgern ist noch Luft nach oben. Doch diese beiden hier können was. Die vier Burger-Models bekommen jetzt den Extra-Kick. Kleiner Trick, großer Effekt ist das Motto. Burger Nummer 1 fehlt Soße. Was tun? So, hier haben wir jetzt den Burger, der ja für mich persönlich ein bisschen zu trocken war. Deswegen pimpen wir den jetzt auch nochmal auf. Das sind hier einmal ganz normale Röstzwiebeln, die wir nur so ein bisschen angecruncht haben. Und Mayonnaise. Die Menge einfach nach Geschmack variieren. So, dann einfach Burger auf. Und je nach Belieben, wie man jetzt halt Mayo gerne mag oder nicht, einfach drauf auf den Burger. Ja, fertig. Und jetzt gehen wir noch kurz an dieses Burger-Bun dran. Weil ja noch ein bisschen, ne, kann auch schon ein bisschen crunchiger werden. Und ich zeige euch die leichte Alternative, wenn man zu Hause keinen Kontaktgrill hat. Der Profi-Tipp. Man nimmt eine beschichtete Pfanne am besten, dann kann es wirklich nicht ankleben. Erhitzt die jetzt nicht zu stark, weil wir wollen es ja, dass es einfach nur so ein bisschen schön gebräunt ist. So bekommt der Bun eine krosse Oberfläche. Schmeckt's jetzt besser? Mit dieser Röstzwiebeln Mayonnaise holt man halt von Inneren einfach sehr viel Geschmack noch raus. Und jetzt ist halt auch der Burger-Bun einfach perfekt. Fast-Food-Ketten-Burger 2. Jetzt nehmen wir hier halt den Burger. Und das Geile an diesem Burger ist, dass wir den wirklich nur mit zwei Zutaten, die man meist auch immer zu Hause hat, sofort geil pimpen kann. Das wäre hier einmal Puderzucker und einmal dunkler Balsamico. Man kann aber auch weißen Balsamico nehmen, man kann aber auch normalen Zucker nehmen. Weil der Rest, der ist nämlich hier schon drauf. So leicht kann man seinen gekauften Burger tunen. Zwiebeln in der Pfanne anschwenken. So, wir braten die Zwiebel natürlich jetzt ein bisschen an. Und wir karamellisieren sie auch aus dem Grund, weil es halt einfach, wenn du eine rohe Zwiebel hast und die ein bisschen länger liegt, dann wird die so leicht schärflich. Und das wollen wir der Zwiebel einfach gerade rausnehmen. Und so wird es halt einfach lecker. Lecker, süß, dann hast du ein schönes Spiel. Puderzucker gibt der Zwiebel eine süße Note. Der Essig rundet den Geschmack mit etwas Säure ab. Also wie wir jetzt sehen, haben wir halt hier jetzt echt die Zwiebeln. Die waren schon fertig geschnitten auf dem Burger. Ein bisschen Puderzucker, ein bisschen Balsamico. Und wir haben halt wieder was Besonderes beim Burger. Dieser Heck ist super einfach und macht aus jedem Burger etwas Besonderes. Dieses typische Zwiebeln, wenn man halt einfach eine Zwiebel ein bisschen zu lange draußen lässt, das ist halt weg und jetzt hast du halt einfach ein schönes Spiel. Also diese Süße, dieses Säuerliche, dann hast du dieses Cremige noch von der Mayonnaise. Top. Weiter mit dem Restaurant-Burger. Bei dem Burger war mir halt einfach viel zu viel Soße drauf, weil die war ja unten und oben drauf. Dadurch, dass es nur Mayo ist, fehlt ja diese Frische einfach. Dieser Bums, weißt du, dass du sagst, wenn du reinbeißt, boah geil. Wir nehmen jetzt hier einfach nur ein bisschen Gurke, ein bisschen was von der Paprika und ein bisschen was für die Schärfe. Zu viel Soße bekommt man schlecht wieder von saugstarken Bands ab. Da hilft nur ein Frische-Kick. Vorhin, der Burger, der war ja schon, der war lecker. Aber die Mayonnaise hat mich einfach geschmacklich komplett erschlagen, sodass ich einfach gar nichts anderes mehr geschmeckt habe. Und jetzt durch dieses Säuerliche, das ist halt einfach eine sehr, sehr leckere Kombi. Der nächste Veggie-Burger kam überraschend inklusive Blauschimmelkäse. Bei den ich mag, aufgepasst. Deswegen machen wir es ganz simpel. Wir nehmen ein bisschen Ketchup, ein bisschen Chili und dann haben wir den perfekten Burger wieder. Der süße Ketchup rundet den Blauschimmelkäse perfekt ab. Chili mache ich jetzt rein, weil der Blauschimmelkäse durch, wenn man da reinbeißt, der nimmt schon viel mit. Also am Anfang schmeckt man nur den Blauschimmel. Und Ketchup und Chili ist ja eine geile Kombi. Und da hast du halt dann einfach noch ein bisschen mehr Power einfach dahinter. Die einfache Soße schafft selbst beim intensiven Blauschimmelkäse-Geschmack eine angenehme Balance. Also der Burger ist jetzt echt richtig gut geworden und richtig lecker. Und man sieht mit den einfachsten Zutaten, die man zu Hause hat, kann man einfach einen perfekten Burger kriegen. Noch besser schmeckt das selbstgemacht. Ein Veggie-Patty zu Hause machen ist nicht nur günstiger, sondern auch viel einfacher als gedacht. So, als allererstes brauchen wir natürlich für unseren Veggie-Burger jetzt hier das Patty. Und diesen machen wir jetzt halt mal einfach aus Sellerie. Weil erstens, was ist der Vorteil, er ist schon mal rund, wie ein Patty auch sein soll. Und zweitens, Sellerie kriegt man überall zu kaufen. Und es ist sehr, sehr günstig. Die ganze Sellerie-Knolle gibt's für knapp einen Euro im Supermarkt. Und schon haben wir unseren Burger-Patty. Also wir machen da jetzt so eine Art Kräuteröl für den Sellerie, damit der einfach durchgart und zwar noch Geschmack dazu kriegt. 20 Minuten braucht das Patty in Öl bei schwacher Hitze. Und hier haben wir jetzt anstatt normales Paniermehl, Panko-Mehl. Das ist einfach nur ein bisschen qualitativ hochwertiger, weil das ist vom Toastbrot nur das Innenleben. Also nur das Weiße, keine Rinde, kein Gornix. Und das kriegt man im Supermarkt. Ob Fleisch oder vegetarisch, viele Burger-Patties landen in der Fritteuse. Denn nur so wird es gleichmäßig braun. So, jetzt haben wir hier unser Sellerie-Patty. Goldbraun frittiert. Wundervoll. Und ich würde sagen, jetzt legen wir mal los, den Burger zu belegen. Mango-Chutney gibt's in jedem Supermarkt und ist die perfekte Burger-Basis. Etwas Grünzeug drauf und fertig ist der selbstgemachte Veggie-Burger für kleines Geld. Also das ist für mich so der Veggie-Burger. Besser geht's für mich nicht. Mit den einfachsten Zutaten, mit den günstigsten Zutaten kannst du dir so einen geilen Burger zusammenbauen. Lillys Fazit. Am besten schmeckt ein Veggie-Burger selbstgemacht. Aber auch Fast-Food-Ketten treffen den typischen Burger-Geschmack dank Soße und Co. gut.